Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf Klein-Seenheim. Ja, letzte Bau, ne? Kriegen da nicht noch einen Ballen raus, ne? Das nervt echt. Dann ist das erledigt. Geschichte! Geschichte! Boah, das nervt, ey. Das ist wie kein ganzer Ball in mir. Bleibt so ein Fitzeknüger. Ich glaub nicht, dass wir hier noch so viel rumliegen haben. Ah, wir müssen noch einen Ballen haben. Auf der Suche nach Gras. Auf der Suche nach Gras. Da liegt noch was? Ich wette mit euch, den kriegen wir hier nicht mehr voll. Da liegt noch was? Warte, eine Kurve noch was? Die letzten Krümmel hier nur einsammeln. Die lacht doch noch was. Da, guck mal da. Hat sich auch voll gelohnt, ne? Ich rufe jetzt wahrscheinlich mehr Sprit durch die Gegend. Komm, eine Treuhilke nehmen wir auch noch mit. Die lacht noch was? Dahinter liegt noch was? Wieso, das haben wir? Da vorne liegt noch was. Vielleicht kriegen wir da echt noch einen Ballen zusammen, ne? Ich will jetzt nicht 3.800 Liter wegschmeißen. Für nichts und wieder nichts, ey. Aber wenn den Siloball nicht ehrt, ist den Pfennig nicht wert, ne? Oh, nee, ey. Jetzt kriegen wir das nicht mehr voll, oder was? Oh, hier sind wir zu gut gefahren. Mal eben aus. Vielleicht liegt oben noch was. Oh, nee. Wenn wir nicht irgendwie das Mehl wegnehmen, kurz hinter. Da kenne ich ja nichts. Oh, man hätte auch anmachen sollen. Echt. Hängen wir ihn ab, den Aperillo? So geht's nicht. Nicht mit Sveni. So weit können wir ja gar nicht haben hier. Einen Ball noch. Hängen wir bitte an. Danke. Hackengas, wir müssen auch den Abfahrer umfahren, ne? Ja, und Tate Curseplay, ich stelle ihn natürlich an. Dann lässt er erst mal direkt eine Bauern aus, ne? Richtig gut. So, da. Wenn du den Vorwärtsgang reinmachst, dann klappt das echt besser, ne? Kann ich immer nur wieder sorgen, ne? Aber, wie seht's ja, ist ziemlich schwer, so einen Vorwärtsgang reinzumachen, ne? Ja, wir kommen da gleich hin. Ja, wir kommen da gleich hin. Perfekt, oder? Wir müssen uns gerne um Wagen mieten. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn, komm, wir stellen ihn eben weg. Dann, äh, müssen wir erst den anderen rüberfahren. Und dann werden wir uns einen Ballenwagen mieten müssen, ne? Weil ich werde die nicht alle mit der Hand zum, zu BGA fahren. Ne, BGA müssen wir auch gleich füttern. Also, oh, bremst du. Bleib tun wir ihn hier. Ich brauche ihn hier. Wir kommen. Helga, keine Pornik. Sveni ist under the way. Ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber das ist ja dinglisch, ne? Under the way. Wir fahren unter der Straße. Heißt doch auch under the way, oder? Unter der Straße. English mit Sveni. Very beautiful. Nicht. So, Glicker. Und ich schaff mir aber noch zehnmal. Und einen spritzigen Schlepper. Nicht. Aber die Glockendisco da hinten, die ist richtig gut gemacht, ne? Wo stehst du? Irgendwie bin ich dran vorbeigefahren, ne? Kein Problem. Ich hab nen Plan. Oh Mann, ey. Das kann ja schon wieder gut werden, ey. Können ja nur Chaos folgen werden. Wie wär's denn einfach mal mit über die Straße einfach drüber? Hier seht ihr? Da. Große Play will mich wieder veräppeln, ey. Richtig schickig vorhin hier, ey. Wir sind auch Tor. Oh. No, wie ist sie lage? So, und wir drinnen? Ich brauch für'n Freund. Jo, wir müssen Bollentechnik mieten. Wir fahren aber nicht Ende zum Morgen, ne? Ich find den richtig gut, ne? Den sollten wir uns einfach kaufen. Oder? Sollte die nächste Investition sein. Ich brauch'n wir, ne? Gelung, ne? Ach, fährst du wieder? Ja, manchmal. Opfer zum Händler, da eben hinfliegen, eben den Wagen mitnehmen, Ballen einsammeln, ab zu BGA, BGA füttern, zwei Folgen vorbei. Pass mal auf. Ist immer so. Ach, Shit-Klauen. Wir müssen ja zur anderen Seite rumfahren, ne? Hier kommen wir ja nie lang. Hoffentlich kommen wir in die Wiese rein. Oh, Sven, du und deine idealen Pläne. Nicht. Warte, let's... Oh, nee. Heizen wir direkt über die Palette. Oh, vielleicht kriegen wir den rausgezirkelt. Nehmen wir nicht. Nehmen wir die Palette mit zum Ruf. Ah, wie vor uns gemacht, oder? Hier eben durch die Hecke gezirkelt. Wie vor uns gemacht, echt? Ja, oh, mal Hauswand. Wenn wir jetzt hier den Pfosten noch stehen lassen. Schild, wenn's geht, stehen lassen. Der Dirk, der ist hier auf der Kleinseelheim unterwegs, ne? Der hat ein Klaas gesehen. Aber ich hab nur einen Acht-Neuner hier in Kleinseelheim gesehen. Der ist da mal hin, ne? Der hat gesagt, die Verhandlungen werden wahrscheinlich ziemlich hart hier für Kleinseelheim. Ich hab gesagt, hoffentlich bist du trinkfest. Dieser Helga hat Zeit, die holt dich auch hinterher wieder ab. Mal gucken. Wie das so wird, ne? Also, der Dirk ist hin zu den Verhandlungen. Klaas Jaguar. Acht, neun. Können wir gleich mal reingucken. Den hat er hier gesehen. Beim Nachbarn. Ich sag, ich hab da eigentlich gar keine Zeit für, mich da jetzt drum zu kümmern. Ich muss hier die BGA an Rennen halten. Bin hier noch in Lohndruschen. Da hat er sich angeboten. Der ist da jetzt hin unterwegs, ne? Ja, das kann ja heiter werden. Der hat aber auch hinterher direkt eine Woche Urlaub. Ich sag, die brauchst du auch hier in Kleinseelheim. Bei den Verhandlungen. Ich hab ihm natürlich direkt zwei Flaschen Wachol da mitgegeben, ne? Damit die auch richtig schön ans Lachen kommen, noch. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht, ne? Achso, wir wollten eben gucken, wie der aussieht, ne? Wir müssen auch ein Bild machen. So. Ich muss immer in die Außenansicht, wenn ich in die Garage gehe. Feldhäckseler. Hier, den hat er gesehen. 8.900. Den hat er bei den Nachbarn gesehen. Und da ist er jetzt hin zum Verhandeln. Ich sag, der muss ja aber lange verhandeln, ne? Bis wir uns den kaufen können. Wir werden sehen, was da rauskommt. Ich hab gesagt, wenn was ist, schreib ne Whatsappe. Helga holt dich ab. Weil ich ja gerade hier voll in Ballenstress bin. Aber Helga hat direkt gesagt, sie fährt da hin. Sie nimmt den kleinen CS in Heuball und mit, da kann er sich direkt hinlegen. Da kommt er hinterher schön ins Heulager. Kann er sich erstmal eine Woche ausschlafen. Vor allem auch ausdünsten, ne? Wie sind die wirklich trinkfest? Deswegen durfte ich ja auch nicht da hingehen, ne? Aber wie soll ich damit verhandeln? Ich darf ja nicht trinken. Da hat der Dirk gesagt, er macht das. Ne? Können wir mal sehen. Das ist richtig nett, der Dirk, ne? Danke, Dirk, ne? Dass du die Verhandlung aufgenommen hast. Ich hatte schon Pornik. Weil ich weiß, wie viele hier abkönnen. Aber vielleicht hätten wir Dirk direkt mit dem Heuball dahin fahren sollen, ne? Wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Ich weiß nicht, wie Helga den hinterher auf den Heuball kriegen will. Wir werden sehen, was davon kommt, ne? Aber der Dirk steht in dem Verhandlung. Fond ich richtig gut, ne? So, die Ecke muss schon weg. Wir machen den jetzt nicht ganz voll. Ne, mach mal ganz voll, ey. Letztes Mal hat der ja auch aus Versehen da meine Ballen mitgenommen, obwohl der aus war. Oh, ne? Ich hab ihn ausgemacht. Dann ist ja gut. So, kommen wir hier rum? Oh, schaut mal runter. Ist schon ein bisschen Pornik eng hier. Perfekt, ey. Warum mach ich mir eigentlich Sorgen? Seht ihr, der Dirk ist da im Nachbarort. Dirk, viel Erfolg, ne? Komm nicht an. Ich hab's dir ja nicht gesagt, ne? Ich kenn die Leute hier. So, Abfahrt eben zur BGA. Da müssen wir auch jetzt BGA schütten, glaub ich. Die machen da ihren Job. Das wird ja auch schick hier vorne durchsinn, ne? Silu muss noch leer bis zum nächsten Inge-Hinter. Weil dann sind die Verhandlungen hoffentlich zu Ende und wir können irgendeinen Erfolg sehen. Ich hab' mal gespannt, ey. Ne, hinten über die Brücke brauchen wir, glaub ich, nicht fahren. Ist ja nicht so günstig. Wir fahren hier lang. So, da sind wir auch gleich schon drüber, ne? Oh, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Aua. Entschuldigung. Guck mal. Z, Z. Nee, das lieb ich, ne? Z. B. So, Z. Ach so. Okay. Wenn man zu dösig ist, sollten wir uns auch sein lassen. Z. Abfahrt. Reicht das noch? Dann holen wir nämlich Essie-Ballen vom Feld. Aber das schaffen wir gar nicht. Machen wir nächste Folge. Dann füllen wir USB-GA. So, liebe Leute. Ich sag' erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.